Das ist bei mir ein Bleistift, weil mit dem kann man sich einfach wunderbar darstellen, ist eine Verlängerung von dem Gedanken und ich kann das umsetzen, was ich mir vorstelle und kann den Kunden davon überzeugen. Am liebsten ist man auch im iPad, das ist die Foto-App, da haben wir tausende Referenzarbeiter drauf in allen Bereichen und da kann man den Kunden schnell durchzeigen, was man sich vorstellt und es sind schöne Erinnerungen in den letzten Jahren, was wir gemacht haben. Wir waren in Japan, wir waren in Moskau, wir waren in Österreich, haben ein Bauhaus eingedichtet, aber eigentlich sind es die vielen, vielen, vielen angenehmen Kundenbeziehungen, die wir in den letzten Jahren bekommen haben. Eigentlich ist das Problem aufzunehmen, eine Lösung zu erarbeiten und dann mit dem Kunden zusammenzuentwickeln und dann am Schluss das auch direkt umzusetzen und am Schluss lassen wir halt einfach eine schöne, eine glückliche Kunde hatte, ein neues Heimdruck. Einmal, wenn man eine ganz andere Eichweite bekommt mit digital, wir haben eine super Schnelligkeit, wir sind ratzfatz unterwegs und der Vorteil ist auch die virtuelle Darstellung. Wir haben in der CAD-Technik die Möglichkeit, den Raum ganz heilig klarzustellen mit dem Boden bei der Decke und dann sieht das Möbel nachher so aus, fast wie in den originalen Werten.